Es gibt nicht viel für mich, muss ich zugeben. Ich habe eigentlich immer nur Musik gemacht. Aviatik interessiert mich auch. Vielleicht wäre ich Pilotworte, aber für das kann ich wenig gut rechnen. Das war «There's a Party» von DJ Bobo. Ich habe das ganze Album wegen diesem Song gekauft. Das musste man früher. Wenn man einen Song cool gefunden hat, hat man das ganze Album gekauft. Wir haben auf dem Bundesplatz gespielt. Das war super. Beach Boys haben eine wichtige Rolle gespielt für mich. Brian Wilson und Beach Boys sind grosser Einfluss in vielen Sachen, die ich gemacht habe. Am liebsten würde ich das mit den Bützerbüben machen. Ich habe gerade gesagt, dass ich mit dem Bützerbüben etwas machen würde. Ich habe gerade gesagt, dass ich mit dem Bützerbüben etwas machen würde. Ich habe gerade gesagt, dass ich mit dem Bützerbüben etwas machen würde. Aber ja. Der Traufer. Der. Ich habe gerade gesagt, dass wir hier mehr duren finden, nicht das schmecken, dass ich nicht die Idee würde. Ich habe gerade gesagt, dass ich neues Bützerbüben Potter dabei vers guygar. Vielen Dank.